gut dann ich will erst mal gucken was das für eine blaue person da unten ist das letzte mal haben wir ja einfach 100 dollar geschenke kriegt immer so eine blaue person hatten es ist wieder der gleiche ne oder ok Okay? Das ist schön, das ist wirklich schön. Hey, ich erinnere dich. Du bist der Freund, der Typ. Der Typ mit all den Schrauben. Oh, ja. Zeit fliegt. Wenn du Spaß hast? Ja. Und du hast definitiv viel Spaß. Kein Verrückter. Hör, Mann. Willst du einen schnellen Wettbewerb? Komm mit mir. Ich habe etwas zu zeigen. Versorg dir ein Fahrzeug. Unser Fahrzeug steht direkt hier. Hol Brian ab. Das Stück hätte auch laufen können. Ja, ich tue das mit den, ähm, Abfahrten noch ein bisschen falsch einschätzen. Und jetzt einfach wieder zurückbringen. Tag die Päden. Ich tue das mit dem bräuchten Komponenten. Und die storing sind. Ich tue das mit dem bräuchten Komponenten. Was ist das mit dem bräuchten Komponenten? Was ist das mit dem bräuchten Komponenten? Ja, das hat mir das mit einem nuren Bräuchten. Wie ist das mit dem bräuchten Komponenten? Und der ist das mit dem Bräuchtenkopf, und der wird drüber bräuchten? Ich weiß. Ich weiß nicht. Oh, shit. Wie war das denn? Bei mir das Komponenten? Ja, ach ja. und wie viel kriegen wir 200 cool so dann würde ich sagen fahren wir mal hier runter zu mika schauen was der für neuen auftrag für uns hat ups keine absicht jedes mal aber die bremsen hier an den dingern sind richtig kacke so da vorne wo wohnt er denn gerade aus ja noch ein stück weiter hier das ist wohl die noblere gegend hier noch weiter do you have protection hey nico hey come in thank you lay off that stuff why because it clouds your judgment not now it's not the time my judgment that's a good one i'm a fool drunken fool nico's here we're going to go take care of that guy i take it you won't be joining us make him suffer people forget pain so quickly you need to calm down with that stuff calm why so i can be like you mr barbichit always so fucked up on painkillers you don't give a shit you need to calm down where would we be now if i was calm like you let me guess in a prison camp in siberia or selling hash to tourists in red square or still in the navy which is it today be careful dimitri be fucking careful you be careful i'm getting crazy that's the way it works i'm angry you are calm i scare you reason it works yes but you've angered the wrong people too many bodies too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules i've angered people me how do we strange when i give out the money it's us when i have to push people it's me all alone don't think i cannot see through you after all we've done together you're getting delusional look we have to go i fucking love you yes yes i fucking love you i know yes but you treat me like a child i run things my way dimitri raskolov my fucking way get out of my side or i fucking kill you i'm not saying don't run things your way i'm saying be calm here take a couple of these what are you still doing here i said get out of my side alter schwede der ist ja fast so gestört wie trevor aber auch nur fast this guy been making porno in his basement and he didn't cut michael in at least he could have done and sent over some tapes you know how much money there is in selling this stuff online a whole fucking heap we're going to ignore what michael said and try not to kill them taking a bite of this pie would be very profitable for our operation i got no problem with sparing some lives no it's michael that has that issue can't keep his finger off of the triggers wasn't always like this da ist uns eben die kühlerhaube weggeflogen so der ist hier vorne betritt das geschäft ja machen wir doch so where's your boss what do you mean he's uh in the back no 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 you better not be filming no they're just having a meeting i swear get out of the way fuck you see they don't make them like that no more that's a vintage bush if it wasn't for that i'd say this weren't worth transferring the dvd hey joseph you think you can expand your business interest make these pornos and sell them and we won't know about it huh we were just waiting till the books were closed at the end of the financial year that we was gonna cut you in your books are closed until you Paris are cut nico take this and cover joseph we ain't making that much cash ach wir müssen jetzt hin und her switchen so einmal hier raus das war jetzt auch wieder so ein einfaches ding fahren mit dem dimitri zum waffengeschäft kriegen wir jetzt neue waffen i want to buy you a present will you wrap it up and put the pretty bow on it screw you we're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons it's on the ground a backroom place there are a few around the city the mayor has a real hard on for gun control guns don't seen that control i seen plenty and i just got here and now you'll know where to get them for yourself what's the problem michael i know that you have no idea everything is okay i didn't kill joseph we will make more money with him alive churk michael michael fuck you're lucky roman don't try to make you kill someone every two seconds gut wir bekommen jetzt waffengeschäfte gezeigt damit wir uns neue knarren kaufen können äh hier rein geh ins waffengeschäft du kannst in verschiedenen waffengeschäften in ganz liberty city waffen kaufen geh einfach auf die jeweilige waffe zu um zu sehen welche momentan verfügbar ist es kommen ständig neue waffen hinzu daher solltest du später wieder kommen wenn das gewünschte im moment nicht verfügbar ist ähm kaufe eine micro smg äh das wäre die hier äh drücke a zum kaufen patronen patronen kaufen ja 500 müssten erstmal reichen geh zum waffengeschäft wenn du waffen und munition brauchst bring dimitri zu faustins haus so ja ja der scheint schnell auszurosten ich kenne da noch so ganz andere im gta universum die sehr 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 schnell aus polizei macht ab ich will nicht hinten drauf waren gibt wieder nur ärger ja fahr mal zurück und schauen dann mal was wir als nächstes machen können 400 haben wir dafür erhalten so wir haben jetzt zwei neue little jacob wieder sehr schön einmal little jacob und einmal faustin da würde ich sagen fahren wir doch mal zu little jacob schauen was der will wahrscheinlich wieder irgendein drogengeschäft abwickeln und danach haben wir dann erst zu faustin einmal fliegen oder auch nicht ja da ist ein bisschen schwer zum fliegen das auto wäre auch ganz cool gewesen oder so ein polizeiwagen vor der tür naja später wird wahrscheinlich auch irgendwelche sportwagen dazu kommen